Ich hab... Alter, du hast mich echt den Knopf gedrückt, oder? Ich hab fünf Leute gekillt! Du hast mich den Knopf gedrückt, oder? Doch! Fünf! Fuck! Was geht denn, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Trouble in Mindville. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar den Udo Lindenberg! Cello! Hallo! Ich bin heuer immer hier alsg QUEENstrum, und ichschlafe hier schaffen und gern eine Aufnahme. Jlisted. Junge, einfach mal so... Oh, es geht los, es geht los, es geht los... Es geht nicht los, es geht los, oh my god meine Maus, ne, die ist voll in Cello! Muss alle! Hab ich schon. Du auch? Cello Cello Ich hab mich nicht unbenannt und ich fand das so erregend. Die killen dich aber jetzt, ne? Mich? Ja, random kill bestimmt. Wenn die mich killen, dann hab ich das ja auf Aufnahme. Nimmst du gerade auch auf? Nein. Ich hab alles. Hey! Allein wenn die mich killen, hab ich das auf Aufnahme. Nimmst du gerade auf? Nein. Ja, meine Augen nehmen immer auf, ich scheiße nicht. Wieso? Ey, wo bist du? Ich bin beim Traitor-Tester. Ich hab Holschwert für dich, falls du passt. Warum gehst du zum Traitor-Tester? Ey, zum Traitor- Mann, Digga, was ist los? Ich mein, ähm... Warum gehst du zum Tester? Ja, weil da Kisten waren. Wenn du Traitor bist. Weil da Kisten waren und die... Achso, okay, Entschuldigung. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Du siehst mich, okay? Ich seh dich, 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 ich seh dich. Ich geh mal zu der Kiste da hinten. Traitors, Cuddle Media, Ego Tactics und noch ein paar andere. Deswegen werde ich die Missgeburten jetzt töten. Oh mein Gott, Spinn in der Lava. Nein! Hab ich für ihn jetzt viele gekillt? Nein, was hast du gemacht? Junge, ich hab... Alter, du hast dich echt den Knopf gedrückt, oder? Ich hab fünf Leute gekillt! Hohohoho! Du hast dich den Knopf gedrückt, oder? Doch! Fünf! Fuck! Mann! Wie viele Videos hast du gemacht? Fünf! Fünf Videos von... Fünf! Hahaha! Alter, du hast zwei Detectives gekillt! Ich hatte... Ich hatte fünf Traitor-Punkte auf jeden Fall! Huhuhoho! Hast du gewonnen? Ne, der Typ hat mich danach getötet. Ey, das kannst du richtig gut als Trash-Runde hochladen, Alter. Okay, da hänge ich jetzt aber noch eine Runde dran. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei einer neuen Aufnahme. Dies war hoffentlich nicht so... Boah, Alter, wie viele Videos-Punkt, die du gemacht haben musst. Ja, normal. Komm, EU2. EU2, dann tschüss, ne? Das stimmt gar nicht. Du bist doch N-T40, ne? Ja, aber ich bin noch nicht da. Hast du irgendwelche Sachen für mich? Jetzt ist meine Mannschaft wieder gecrashed. Nein, ich sag nicht Fuh. Ich sag nur... Schöne Trouble, mein Willi, so. Heute wieder mit Karel Media. Zweite Aufnahme. Jan Jarak ist längst überhaupt. Und Karl Lagerfeld ist auch gut. K-K-Karel Beckmann. Woher kennst du das? Das hat einer gerade in den Chat geschrieben und ich kenne das, weil ich Black Scruff geguckt habe. Karel Haftbefehle, Media. Ramla, Ramla. Gut. Ich spiele jetzt mal ein bisschen Jump'n'Run Minecraft. Minecraft? Ich spiele gerne Minecraft. Lass Karel in Ruhe, die machen doch nicht mehr was. Ich schreibe mal Lass Karel in Ruhe. Karel, ich liebe dich, Karel. Bitte nehm ich in Skype an. Ich heiße Highplay oft bei Skype. Ja, also... Ich liebe euch ja auch, aber... Meine Skype-Kontaktliste ist leider zu voll. Muss ich mal ausleeren, ne, Ego? Dann muss ich dich mal hier raus sortieren. Ja, dann müsstest du mich einmal blocken und löschen. Habe ich locker fünf, vier oder fünf Mal gemacht? Nee, ist so. Hast du? Ist so, Junge. Ich block den einfach mal. Das hast du schon richtig oft gemacht, Alter. Komm auf dein Leben klar. Rede mal. Übrigens, Schwester Eva, kauft euch das Album. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber... Oh, es geht los. Es geht los. Es geht los. Ich hasse die Map. Ich scharf alles. Es geht los. Es geht los. Die Map ist so behindert. Genau wie du. Oink oink. Oink oink oink. I wanna be a... Bist du eigentlich Partner? Was? Bist du Partner? Ja, aber... Oh, Junge. Zu viele haben Slash-Traiter eingegeben. Was? Ich hab nicht angegeben, ob du Partner bist. Ob wir Partner sind, ja, ungewollt. Aber wir verdienen kein Geld. Nein? Nee, nee. Bei welchem Netzwerk? Also, APM hat uns angeschrieben. Dann haben wir abgelehnt, aber dann wurden wir irgendwie trotzdem Partner und so ein Scheiß. Das wollen wir da raus, aber komm, das ist doch nicht mehr raus. Nein, nein, ist alles scheißegal. Deswegen wollen wir auch kein Geld verdienen, weil wir das irgendwie ein bisschen behindert finden. Und, ja. Boah, ich muss auch mal wieder Partner finden. Ach, so bin ich ja. Aber eigentlich würde es sich auch nicht lohnen, ich meine, mit 400 Abonnenten, die wir jetzt mittlerweile schon haben, würde es sich meiner Meinung nach auch nicht lohnen, jetzt Partner zu werden, ja. Aus dem einfachen Grund, weil Baum. Wir schießen vier oder fünf Leute in Pfeile. Ey, bist du Traitor? Nein, du? Nee, nee. Ja, ja. Ich bin wirklich kein Traitor. Kannst du Aufnahme gucken? Warte, ich kann in den Tester gehen. Ist so. Schwester ever, never, ever. Junge, warum wird bei mir nicht angezeigt? Ey, Ronja, du Bastard. Fass mich nicht an, du hässlicher. Du hässlichen. Schlägerei. Schlägerei. Ey. In der Tester, Schlägerei. Ey, du Bastard. Ach so, das bist du. Verarsch der, damit er mich killt. Kommt, die können schon Karma verlieren. Ich glaube, das ist das Let's Trash Trouble Mineville, Junge. Einfach so. Ey, den Typen sagen wir mal. Schwert oder Merd. Gebt den Scheiß her, sonst. Ich war in der Tester, sonst. Scheiße. Das hat er extra gemacht. Schwert oder Merd. Gebt den Scheiß her, sonst gib's Scheiß ins Gesicht. Ey, der Bastard ist ein Traitor. Ich weiß es, 100% ist er Traitor. Er ist Traitor, er ist Traitor. Guck mal, guck mal. Ja! Ja! Scheiß, ich hab nur Slowdown mit Mod drin. Echt? Und mein Minecraft ist abgekackt. Toll. So. Mein Minecraft ist abgestürzt. Und ja, deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit bei euch. Ja. Mit dieser kleinen Trash-Runde. Schrauben in rein will. Und der Udo will auch noch was sagen. Tschüss mit Karl. K-k-k-k-k-k-k-k-Karl-Bag. Bei Remix Ländermark. Tschüss. Tschüss. Tschüss.